So Leute, grüße euch wieder bei Mynex. Ja, lange ist her, dass ich ein Video rausgehauen habe, aber ich dachte mir kurz vor Weihnachten, Leute, da muss man mal ein Video raus. Wie ihr seht, Hintergrund, der Tannenbaum, 1A-Geschichte, Leute. Ich würde sagen, der sieht gut aus. Auf jeden Fall kann sich der sehen lassen. Ja, ich wollte auf jeden Fall noch einmal vor Weihnachten schön Hallo sagen und natürlich mich bei allen Leuten bedanken, die meinen Kanal, ich sag's mal so, abonniert haben oder mich supportet haben oder auch einfach mal eine Spende rausgehauen haben, ist einfach eine geile Sache. Und wir haben heute wieder noch einen Stargast da und das ist er. Tja, der Kommissar, ihr wisst ja, der sagt nie viel, aber er ist unser bester Mann immer, sag ich, unser CIO, er passt auf, dass nichts schief geht. Ja, auf Wiedersehen. Ja, und da ist er auch schon wieder weg, Leute und wir gehen jetzt erstmal nach draußen, eine Runde mit Siggi, da im Hintergrund liegt sie und ich sag einfach nur, Leute, tja, Mütze auf, ab geht's, scheiß Wetter, ab nach draußen, los geht's, komm mit. So, manche werden es jetzt schon gemerkt haben, ey, was hat der Typ hier für... So, manche werden es jetzt schon gemerkt haben, ey, was hat der Typ hier für... Einen geilen Bad, ja, ihr wisst ja, Weihnachten, Weihnachtsmann hat halt ein Bad, ne? Von daher schon geil. Ja, und wir waren aber auch schon lange nicht mehr unterwegs, also nehme ich euch jetzt wieder mit und es geht, wie immer, zu unserem Bad. Manche fragen sich natürlich schon wieder, wie sieht es aus mit nächstem Jahr, Leute, da kann ich nur eins zu sagen, perfekt. Ja, das nächste Jahr wird, glaube ich, ein echt gutes Jahr, 2020. Ja, auf jeden Fall gibt es noch mehr Zeit für noch mehr Videos und noch mehr Zeit für noch mehr Zocken. Von daher sehen wir uns, wenn ihr möchtet, natürlich noch öfters. Geil, oder? Ich hab richtig Bock drauf, ey, und ich glaube, das wird eine Bombe. Siggi, komm mal her. Komm hin. Komm her. Ich hab ja erst gedacht, wie es immer so ist, Sonntag, Scheißtag. Leute, es ist total windstill heute. Es ist wirklich kein Lüftchen am Himmel. Es ist total leise. Es ist nicht mal kalt, obwohl wir Dezember haben, was schon crazy ist. Eigentlich ein perfektes Wetter gerade zum Spazierengehen. Geil. Ich hätt's nicht gedacht. Ich hatte schon keinen Bock mehr vor die Haustür, ganz ehrlich. Aua! Hat so ein bisschen was von aus der Ich-Perspektive Shooter. Ja, nein, das haben wir ja nicht. Aber schon geil, schon geil. Haha, weiter geht's. Ja, Leute, jetzt sind wir schon wieder angekommen. Ja, damit ist auch schon wieder vorbei. Ich würde sagen, damit bin ich raus. Wenn ihr Bock habt, holt euch einfach mal ein Abo. Siggi, sagst du auch? Tschüss, auf Wiedersehen. Ne, Mäuschen? Jawoll. Siggi sagt auch auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Bis dann. Vielleicht zu Weihnachten, vielleicht danach. Wir gucken mal. Viel Spaß. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.